Servus! Willkommen an einer neuen Gemültesrunde. Ich heiße dieser Mann, der Leil. Wie man hoffen soll, es geht zu. Alles ist soweit gut. Wir sind wieder Segel heute Nacht. Und dann bin ich wieder ein bisschen beschlügt. Wollt ihr euch zu eines? Wir haben viel Ruhe rein. Untertitelung. Ja. Das habe ich mir. Und ich besuche mal hinten die zwei Bärchen. Das Essen rein. Ich habe mal sechs Medaille, und ich habe das Bärchen. Und ich habe das Bärchen. Ich habe das Bärchen. Und dann bin ich der Bärchen. Es ist der Bärchen. ... ... ... ... ... ... Und mir ... ... von mir ... ... und die Hügel ... ... und die Hügel ... ... die Hügel ... Oh Gott! Das war's. Oh, oh, oh. Oh mein Gott! 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 Rabbi... Ich habe einen Schrauben gehört. Ich habe einen Schrauben gehört. Ich habe einen Schrauben gehört. Was ist das? Aber das ist ein Vergnügen, dass die Hördinachstur in der Brühe bei der Brühe bei der Brühe ist. Oh nein! Brrrr Das war ja so! Und das war ja so! Und das war ja so! Und das war ja so! Oh! Oh! Aber du menest! Den die etwa Geht mir Säcke zum Aufheben. Zum Reingesessen, ich hoffe, dass ich hier auch... Geht mir Säcke. Geht mir Säcke. Ja, Andreas! Und da waren wir hier neue Dings zu mir heute und machen die Aufgaben frei. Tja, ich soll sagen, wir tun gleich mal den Schnitzel machen und dann gleich eine Aufgabe machen. Wir hätten auch über die Suche drunter. Das bräuchten wir ja immer wieder. Ich muss einen neuen Aufgang bauen. So lange wir noch nicht mal unsere Farbe aufgebaut haben. Wir sehen uns. Wir sehen uns. Ich habe dann so vorgestellt und gedacht, dass wir mal, was heißt wir, dass ich mal wieder kündigte, dass wir die Drehenden geben, dass wir die Drehende geben, damit wir die Drehende und die Nürburgen so was ist mir besucht dann aber habe ich ja das ist ein 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 Dann werde ich hier leider aufkommen. Und wenn es dann richtig läuft, werde ich dann auch um Kino gehen. So, ich versuche hier einen Aufgang zu bauen. Und dann werde ich besser. So, ich habe besser gesagt, wenn ich die Jäger kriege. Ich bin gerade aufkommen. Ich bin gerade aufkommen. Ich bin gerade aufkommen. und wir machen eine kleine Aufgabe zum Abgebühren. Also in diesem Sinne bitte gleich. So, ihr seht, ich bin nach eurer Falle mit Gartenlösen eingefallen. Ich will kurz mit euch umsetzen. Und zwar tun wir erstmal hier das Wärme gegen die Baudings. Dann nehmen wir mal die Ecks. Und dann sind sie gesehen. Dann nehmen wir mal die Bauding. 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 Das war's. what ist das die dann die je das ist ist krass hier liegt mir auch dabei Irgendwas glaubst du hier Inversier vielleicht zwei Räden vorher und erredet dann mal die Kuss ab So. Das war es für mich. dass wir dann einfach oben und unten eine Tresur haben, sodass da uns niemand überraschen kann. Also, sagt Herr Angus, wollten wir ja mal nur langsam unsere eigene Fassi, weil die richtige Fassi in Betrieb nehmen. So. Aber jetzt, da müssen wir noch einen schmerzen, schmerzen und hier bin ich jetzt über dem Recht. Ich habe heute wieder geblieben und jetzt bin ich auf das Geblieben. Und dann wird das Geblieben und da ist ein Geblieben. Und dann wird das Geblieben und das Geblieben nicht mehr durchgebracht. Ich bin ja auch hier, der Geblieben und bei mir ist es, was das Geblieben. Ich bin ja nur ein Bebe. Ja! Oh, shit, ich bin hier, ich bin hier, ich bin hier, ich bin hier. Es wird ein Recht, aber auch im Moment zuerst, dass wir die Träger uns auch ein bisschen erhalten. Das geht immerhin. Alles ist für Sie, selbst zu einem Idiot wie Sie. Es ist ein Bruder. an offer down an offer you can't refuse an glove beanie coming on it don't just stand there with your thumb up your ass get that job done yeah pass an the Sollte Spannungsgeladene Wir haben einen Ausstieg. Was soll ich dir umrufen? Geendek! Geendek! So sieht sie wieder. Okay, jetzt muss ich einfach sagen, wir müssen ein bisschen was ins Sigmatorie schmeißen und wollen da reingehen. So... So... Die Waffen sollten auch beneiden, deshalb erlaub ich mir mal das da rein zu legen. Den Rest lassen wir mal drin. Ich glaube, dass die Waffen sind. Ich sage mal, dass die Waffen sind. Wir müssen ja auch dann nicht auf diesen Fass So wir sind oben Mierde, Mierde Oh! 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 I found it! Oh! I'm 103. I'm all over 400. Oh! 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 Oh, I'm 10 stars! Oh! I'm 10 stars! I'm 10 stars! I'm 10 stars! Oh! und 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 kann So. Nehmen Sie einen Simulator hier bei mir. mehr gum die jetzt Ich habe das aber gar nicht gesehen. Ich habe das 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 gar nicht gesehen. Ja, schon. Ja, schon. Ja, schon. Ja, schon. Gummdrauer. Also muss ich sagen, ich habe schon nie bessere Sachen begonnen. Wo habe ich das Ideal? So, wir machen wir erst Lutrop, ich würde dann sagen Lutrop, dann kann man eben auch gleich beim Recht, dass ich das gebrauche. Ich würde mal gleich hier beim Recht verkaufen. Wie ist denn ich mein? Ich bin jetzt ein Mälet. Ich bin mir hier in der Zeit. So ist es hier. Das ist so eine Kälte, das muss auch mal ins Weck tun. Das kann man immer mal gebrauchen und das auch der Rest kann bleiben. Das kann man immer wieder sehen. 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 Jetzt genau, aber wir jagen ja jetzt gar nicht so oft, so. Wenn man das Umreden auf einen Löffel, dann mit dem Löffel, dann mit dem Löffel. Wow, das ist sehr nett. 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 Okay. Das ist sehr nett. 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 Das. Das ist sehr nett. Bis jetzt. vergessen. Liken, kommentieren, abonnieren, klicken, klicken, klicken und mit diesen Worten absolut nichts. So, bis zum nächsten Mal.